Ich hoffe es, weil das ist auch eins meiner Lieblingsthemen und ich durfte gestern Nacht im Atelier von Casca Cas, die dieses Kleid ja gemacht hat, auch, ich glaube, drei Brautenmodelle sehen, die sie geschneidert hat für diese Saison und ja, das war schon so der erste Blick hinter die Kulissen und ich glaube, da kommt so einiges die nächsten drei Tage. Ich sage, ich gebe mir die Herausforderung, dass die Kulissen für Jahre dauern muss. Wenn sie für 60 Jahre, 100 Jahre dauern, dann bin ich glücklich. Das ist auch der Bohemian-Past-Times look. Ich nehme die Inspiration von einer Visionärer oder Imaginärer alten Kulissen. Man nimmt die Kulissen, 50 Jahre alt, und es sieht immer noch schön. Bis zum nächsten Mal. Wir machen so viel wie wir können, und wir versuchen, um die Fabrik zu verändern. Aber es ist ein langfristiges Prozess. Ich habe 15 Jahre mit diesem Projekt gearbeitet. Ich habe 15 Jahre mit dem Projekt. Ich habe 15 Jahre mit dem Projekt gearbeitet.